Herr Magister Apfaldaler, 1A-Installateure werben sehr herausfordernd mit dem Slogan Besser als die Besten. Was hat eigentlich ein Kunde davon, wenn er zu einem 1A-Installateur geht? Ja, was hat ein Kunde davon? 1A, das sagt schon der Name, dahinter verbirgt sich Qualität. Unsere Gruppe gibt es seit über 33 Jahren. Die Gruppe existiert österreichweit. Wir haben knapp 180 Mitglieder und unser Credo ist eigentlich die Qualität im Handwerk. Wir wissen aus vielen Umfragen, aus vielen Meinungsforschungsergebnissen, dass sehr oft im Handwerk Qualität verlangt wird, aber auch andererseits die Enttäuschung sehr groß ist, wenn sie dann nicht erfolgt. Wir als Gruppe haben uns der Qualität verschrieben. Wir sind auch die einzige Gruppe in Österreich, die die Kundenmeinung einholt nach Auftragsvergabe und Abschluss. Wir haben das sogenannte 1A-Zert, derzeit sogar online, für jeden nachvollziehbar auf unserer Website. Das heißt, wir nehmen das Thema Qualität ernst. Damit dieses Thema Qualität auch entsprechend rüberkommt, veranstalten wir als Marketingkooperation Schulungen, Erfahrungsaustauschrunden. Das heißt, wir tun etwas, um auch diesen Begriff zum Leben zu erwecken, beziehungsweise auch die Qualität entsprechend bieten zu können. Wir haben ja hier im Weidhofen auch einen 1A-Betrieb. Die Firma Mazik hat einen sehr guten Ruf. Wo ist der Vorteil, wenn ein Betrieb jetzt sich auch unter die Marke 1A stellt? Der Vorteil ist vielfältig. Einerseits ist die Marke mit 78% in der Zielgruppe österreichweit auf einem hohen Bekanntheitsgrad. Das ist das erste Thema. Das zweite ist, dass wir ein sehr breites Leistungsportfolio haben. Das heißt, wir haben nicht nur die bekannte Marke. Wir bieten Schulungen an. Wir bieten, wie gesagt, Erfahrungsaustauschrunden an. Wir bieten auch sehr vieles an für die Betriebsausstattung. Wir helfen den Unternehmen auch die richtige Kundenansprache zu finden. Wir dürfen nicht vergessen, dass gerade in Zeiten wie diesen die Kunden ja ganz andere Medien aufsuchen, ganz andere Kommunikationskanäle bedienen. Ich sage das Stichwort Internet ist für uns eine Riesenherausforderung und genau dort sehen wir einen schweren oder einen starken Fokus für unsere Kooperation. Lassen Sie uns einmal das Gewerk etwas näher betrachten. Es ist doch so, dass normalerweise glaubt man bei einem Installateur, es geht hier um Wasser, um Leitungen. Heutzutage ist das Handwerk-Installateur völlig anders ausgerichtet. Wohin geht die Reise? Ja, das ist vollkommen richtig. Das Handwerk hat heute hochkomplexe Themenbereiche zu bewältigen. Beispielsweise sanitär geht es um Design, da geht es um Funktion, da geht es um Erlebnis, da geht es um Wellness, da geht es um Gestaltung. Weit mehr als nur eine einfache Installation. Im Heizungsbereich ist das ganze Thema Energie ein Thema, was uns immer wieder beschäftigen wird, immer mehr beschäftigen wird und hier braucht es Spezialisten. Und gerade diese Spezialisten haben wir in unserer 1A-Kooperation. Das ist ein wesentlicher Fokus. Das Thema Lehrling ist heutzutage ein ganz großes. Es gibt fast Streitfälle mittlerweile zwischen Bildung im schulischen Sinn und Bildung Richtung Handwerk. Wie sieht das eigentlich bei den Installateuren aus? Haben Sie Nachwuchsprobleme? Es ist regional sehr unterschiedlich. Der Lehrberuf ist sicherlich unterbelichtet gewesen. Das heißt, wir haben hier einen hochqualitativen Lehrberuf. Es wird immer wieder versucht, auch von der Standesvertretung den Berufsstand anders zu positionieren. Wir als 1A-Gruppe haben hier sicherlich das Thema Lehrling im Mittelpunkt. Es ist für uns wesentlich der Nachwuchsbereich. Wir versuchen hier natürlich mit regionalen Aktivitäten das Potenzial auszuschöpfen und entsprechend Nachwuchs zu bekommen. Es ist aber da und dort offengesprochen nicht immer leicht. Es hat sich natürlich auch das ganze Bild des Lehrlings völlig verändert. Eigentlich ist das ein hoch spezialisierter Beruf geworden. Ja, vollkommen richtig. Das heißt, es wurde früher eher der Lehrberuf in Schateur als die letzte Lösung dargestellt. Heute ist es genau umgekehrt. Das heißt, wir haben hier eine extrem hohe Anforderung. Ich denke nur an das Thema, an den Themenbereich Haustechnik. Da muss man einfach Fachwissen mitbringen. Das ist eine spannende Sache. Oder auch das Thema Apart, wo es nicht nur um einfache Lösungen geht, sondern wirklich um Wohlfühllösungen, um Erlebenslösungen, wo der Konsument einfach eine hohe Erwartung hat. Und der Lehrberuf hat extrem gute Zukunftsperspektiven. Und ich würde mir persönlich wünschen, dass das auch entsprechend Wertschätzung findet und dass das entsprechend auch angenommen wird, österreichweit. Bis zum nächsten Mal.